Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Event-Video zu Digimon Masters Online. Heute mit dem Event Digimon who has seven eyes and legs and a mysterious eighth eye. Und die Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen auskennen, die werden sich jetzt schon denken können, dass das erste Update ist natürlich, dass Ogudomon mit reingekommen ist. Aber bevor wir uns in die richtigen Notizen stürzen, schauen wir uns das einmal an, was denn alles im Shop ist. Und da sind wieder einige Sachen drin. Fangen wir mal an mit den Packages, ganz einfach. Wir haben quasi zwei neue Packages drin, die jetzt für eine begrenzte Zeit mit drin sind. Und zwar einmal haben wir das Ogudomon Start-Package für 397 Crown, beziehungsweise 31,80 Dollar auf Steam. Und dieses Package beinhaltet alle sieben Demon Lord-Eier, die man für Ogudomon ja braucht. Und eine New BCL Osaka-Uniform-Box für 30 Tage und ein Super Amplification Booster plus 1... Oder beziehungsweise 10 Super Amplification Booster plus 1000%, um diese dann zu leveln. Und es ist definitiv günstiger, dieses Package zu holen, als sich die einzelnen Digimon zu holen, als Eier im Shop. Deswegen ist das definitiv eine super Sache. Und dann gibt es noch das Ogudomon Descent-Package für 549 Crown, beziehungsweise 43,90 Dollar auf Steam. Da kriegt man auch noch 10 Fortune-Cookies mit dabei, wenn man sich das holt. Und beim anderen 7 Fortune-Cookies. Und in diesem Ogudomon Descent-Package sind siebenmal The Source of a Sin drin. Die Items, die man braucht, um Ogudomon dann herzustellen, beziehungsweise die Items für Ogudomon herzustellen. Dann ist hier noch der Sattel mit drin, also das Ride-Item und eine Energie-Aura für 30 Tage ist da mit drin. Also auch hier wieder sehr gutes Package, vor allem wenn man sich das anschaut, wie viel eine Source of a Sin normalerweise einzeln kostet. Aber da kommen wir jetzt noch dazu. Und zwar, die Source of a Sin findet man hier unter die Mon Evolution Items auf der 5 von 6 Seite. Und auch wieder für eine Limited Time, alle von diesen Ogudomon Items und Packages sind nur bis zum 25. August verfügbar. Also, wer sich Ogudomon holen möchte, muss das bis zum 25. August gemacht haben. Weil, wie Mastemon ist es ein Event-Digimon. Das heißt, wer weiß, wann es das nächste Mal dann geben wird. Auf jeden Fall braucht man 7 von diesen Source of a Sin oder Source of Sin. Die kosten einzeln 7,90 Dollar auf Steam, beziehungsweise 99 Crown auf GameKing. Das heißt, das Package, wo man alle von denen zusammenkriegt, plus den Ride-Mode, plus noch eine 30 Tage Energie-Aura, ist definitiv günstiger aktuell, als sich die einzeln zu holen. Und da die einzelnen auch nur bis zum 25. August verfügbar sind, lohnt sich das definitiv dann mehr, das auf dem anderen Weg zu machen. Und ist auch ganz interessant vielleicht für die Leute, die Ogudomon nicht für sich selbst machen wollen, sondern vielleicht zum Verkaufen die Sachen erstellen wollen. Denn, wie gesagt, die Sachen sind nur in der begrenzten Zeit verfügbar. Das heißt, nach dem Event werden die ganzen Ogudomon-Data-Codes, die man sich dann herstellt mit diesen Source of a Sin, definitiv mehr wert sein, denke ich mal, als die es dann jetzt wert sein werden. Also von daher, wer rein investieren möchte, um vielleicht danach Cash zu machen, für den wäre das sicherlich jetzt was. Dann haben wir wieder drei verschiedene Riddle-Digi-Acks drin, einmal in der Alpha-, Beta- und in der Gamma-Variante. Die kosten alle 198 Crown oder 15,80 Dollar auf Steam. Und da sind unterschiedliche Digimon drin, geben jeweils drei Fortune-Cookies auch noch, wenn man die sich holt. Und welche Digimon da drin sind, das steht dann wahrscheinlich entweder in den Event-Notizen oder, falls die es mal wieder hinkriegen, die Probabilities hinzupacken, dann auch in der Probability-Übersicht. Weil dort steht ja allgemein drin, was man rauskriegen kann und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Außer die haben, oder außer die Verpennens, wie die es bei den Pouches vom letzten Event gemacht haben. So, dann haben wir für alle im Spiel aktuell verfügbaren Tamer, außer, ich glaube, außer Easy und Joey, haben wir dann auch jetzt Swimsuits drin. Beziehungsweise für, ich glaube, alle Tamer, nee, das sind hier für die Digimon Data Squad Tamer, haben wir eine sogenannte rote Swim, einen roten Badeanzug für 30 Tage drin. Kostet 7,90 beziehungsweise 99 Crown. Und dann haben wir für alle einzelnen Adventure Tamer, haben wir auf jeden Fall noch eigene Sommerkostüme drin. Jeweils auch für 30 Tage, hier ist zum Beispiel der von Tai. Alle kosten 7,90 beziehungsweise 99 Crown. Der rote Swimsuit gibt AT plus 300, Geschwindigkeit plus 77% und 1000% auf EXP. Und die für die Adventure Tamer geben Attack plus 700, Speed plus 77% und EXP plus 300%. Also die Kostüme sind definitiv, vor allem für die einzelnen Adventure Tamer, ziemlich, ziemlich nice. Und soweit ich das sehe, sind für alle welche drinnen, auch für die Digimon Savers Tamer, die genau dasselbe machen. Nur Izzy und Joey haben keine eigenen Kostüme gekriegt. Aber es sind sowieso wahrscheinlich die Tamer, die man am seltensten eigentlich von allen sieht. Deswegen passt das eigentlich soweit. Und die kosten alle, wie gesagt, dasselbe. Und wenn man sich solche zulegen möchte, muss man halt dann gucken, dass es dann zu seinem eigenen Tamer passt, den man hat. So, dann haben wir noch alles mögliche hier an ID-Cards, die jetzt mit dem Update reingekommen sind. Also wir haben einmal hier Fancy-ID-Card-President für 30 Tage. Wenn man, also man kann jetzt sein Tamer-Namen, okay, bei mir muss ich das wieder anschalten. Habe das nämlich gerade eben fürs Thumbnail ausgehabt. Digimon Talk, machen wir auch mal an. Ja, stimmt, Digimon-Effekt muss ich auch noch anmachen. So. Auf jeden Fall, die Namensübersicht hier kann man jetzt mit ID-Cards verbessern. Dadurch sehen die Namen dann nochmal ein bisschen aufgehübschter und sowas aus. Also es ist rein kosmetisch, was man sich hier holen kann. Sind wieder 30 Tages-Items, die dann hier einen eigenen Slot jetzt haben. Hier neben dem Kostüm. Sind nämlich auch Verbrauchsgegenstände. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, verschwinden die dann einfach. Auf jeden Fall hier ein Fancy-ID-Card mit President-Effekt für 30 Tage. Kostet 3,90 beziehungsweise 49 Crown dann. Gibt XP plus 200% und den ID-Card-Only-Tamer-Effekt dazu. Dann haben wir noch eine Fancy-ID-Card Flex für 30 Tage. Kostet genauso viel. 3,90 beziehungsweise 49 Crown dann. Gibt auch 200 XP und hat einen eigenen Effekt dann für den Tamer-Namen. Dasselbe dann noch mit Fancy-ID-Card Tropical Ocean für 30 Tage. Kostet genau dasselbe. Und gibt 200% EXP. Dasselbe dann auch nochmal hier mit Wind-Up-Clock. Mit der Fancy-ID-Card. Kostet 3,90 beziehungsweise 49 Crown. 200% EXP und den ID-Card-Only-Effekt. Und dann haben wir noch normale Varianten davon. Die geben nur 100 EXP. Und natürlich die Decoration. Die dazu gehört. 2,30 beziehungsweise 29 Crown. Das Ganze dann auch bei den restlichen Sachen. Also es gibt von jeder noch eine Fancy-Variante und eine normale Variante. Alles 30 Tages-Items. Und kann ich jetzt schlecht demonstrieren, weil ich die selber nicht habe. Und dann gibt es andere Items, die noch drin sind. Jetzt sind Reinforce Digi-Aura Version Y ist wieder drin. Und die Version X ist wieder drin. Für jeweils 4,70 beziehungsweise 49 Crown dann. Die Y-Variante gibt AT plus 300, Max-HP plus 1300. Also auch wieder ganz ordentlich soweit. Und das, ne warte mal, das war die Y-Variante. Die X-Variante gibt AT plus 250, Max-HP plus 1200 und EXP plus 200%. Also je nachdem, ob man halt noch ein bisschen mehr bei AT und HP haben möchte. Wenn man da rein investieren möchte, das muss immer dazu gesagt werden, dann die Y-Variante und bei der X-Variante verzichtet man auf 100 HP und 50 AT und bekommt dafür noch 200% EXP-Bonus auf seine Digi-Aura. Dann sind auch noch die Flut of Chaos wieder drin. Jede von denen kostet 2,30 beziehungsweise 29 Crown. Und das dann natürlich hochgestapelt bei 5 Stück und 10 Stück dementsprechend dann. Und die erhöht die Größe auf 121 bis 130%, je nachdem wie viel Glück man hat. Ich habe auch schon auf mein Ogudomon eine Flut angewendet. 124,48% Größe haben wir hier. Und ja, dann sind wir mit den Sachen, die in den Event-Notizen drin stehen, soweit durch. Jetzt gucken wir in die Updates rein. Also das erste, oder beziehungsweise in die Event-Notizen im Allgemeinen. So, das erste Update ist natürlich, dass Ogudomon hinzugefügt wurde. Wie ihr seht, habe ich das schon mir geholt, jetzt gerade eben, weil ich angefangen hatte, das Video dazu aufzunehmen. Und dann kam die Benachrichtigung, dass die Notizen da sind. Über Discord hat mir jemand geschrieben. Und dann habe ich das Video unterbrochen und habe jetzt dann angefangen, das Event-Video aufzunehmen. Deswegen nicht wundern, dass ich das schon habe. Aber deswegen ist es auch erst Level 1. So, Ogudomon wurde hinzugefügt. Und das ist ein Digimon, was aus den sieben Demon Lords hergestellt wird. Und zwar einmal haben wir da die Ogudomon Weekend-Variante, die man herstellt. Aus den sieben Demon Lord Data Codes. Aber da kommen wir noch dazu. Und Ogudomon digitiert dann nochmal weiter zu seiner vollen Größe. Aber das kriegt man erst dann, sobald Ogudomon Level 41 ist und man eine 23-teilige Quest-Serie abgeschlossen hat. Die werden wir dann heute Abend im Livestream dann machen. Eigentlich hatte ich vor, heute die Alola Dictas in Pokémon Schild alle zusammen zu suchen. Mit dem Chat zusammen. Aber das muss sich dann wohl leider auf morgen dann verschieben. Denn heute möchte ich dann die Ogudomon Jogress Quest dann, oder quasi Jogress Quest dann mit euch zusammen machen. So, Ogudomon ist ein SSS-Digimon, was sich auf Level 41 dann weiterentwickelt. Es ist Typus Virus, Darkness und vom Family Attribute her Nightmare Soldier. Er hat drei Skills, F1, F2 und F3. Die F1 ist Geradus, die F2 ist Kathedrale oder Kathedral. Und die F3, was einen AOE-Effekt hat, ist Oratio Grandioloqua. Den AOE, diesen F3-Skill hat aber die normale Weekend-Variante, also nicht die normale, aber die Weekend-Variante nicht. Die bekommt dann erst die volle Variante. Und das ist ein AOE-Skill, der um das Digimon herum geht. Also nicht wie bei Galantmon X zum Beispiel eine gerade Linie, sondern in der Area um ihn drumherum. Und dieser AOE-Skill ist der Zweitbeste im Spiel. Neben, also auf Platz 1 ist es immer noch der von OX, vom Damage her. Und Ogudomon hat dann den Zweitbesten. Vor allem wegen der Cooldown, aber das kann ich ja jetzt leider noch nicht präsentieren, weil ähm, hab ich ja leider noch nicht. Muss dann erst die Quest-Serie dafür machen. Und wie bekommt man Ogudomon? Erstmal die Sache, wie man an das Ogudomon Weekend rankommt, was ich jetzt habe. Das zeige ich aber dann nochmal extra in der Videoform, beziehungsweise das Video habe ich schon angefangen aufzunehmen. Das wird dann veröffentlicht, sobald das Video hier dann auf dem Kanal dann ist. Und ich das andere fertig gemacht habe, mit Leveln und so. Zumindest schon mal auf 41. Und die sieben Demon Lords, die man dann gelevelt hat. Man muss sie nämlich leveln, bevor man die opfern kann quasi oder in Daten umwandeln kann. Die kann man bei Extra Evolution NPC White Bearded Guru umwandeln. Und wie bekommt man Ogudomon Weekend dann davon? Ähm, man muss alle sieben Data Codes von den Demon Lords haben. Und wie stellt man die her? Also zum Beispiel hier den Data Code of Lucemon, aber das trifft natürlich auf alle zu. Beim Fall von Data Code Lucemon Folddown Mode muss man einfach nur ein Level 100er Lucemon haben. Vollkommen egal, welche Größe das hat. Und welche Evolution Slots das schon aktiviert hat. Also ob man da alle BMs drauf hat oder nicht. Was ich natürlich nicht empfehle, ein Lucemon zu verwenden zum Opfern, wo man ein Gehenner schon drauf hat. Also das ist dann in dem Fall dann Quatsch, weil das soll eigentlich in der Sammlung bleiben. Deswegen habe ich ja auch nicht bei mir das verwendet, sondern habe mir extra nochmal eins gehatcht gehabt und das gelevelt gehabt. Und das dann dementsprechend dann mit allen. Es reicht, man muss im Prinzip gar keine Evolution Slots aktiviert haben. Man muss es nur auf Level 100 bringen. Und dann mit dem Source of Sin Item, was es ja wie gesagt im Cash Shop entweder einzeln oder im Package gibt. Wo ich aber wie gesagt das Package mehr empfehle. Wenn man Ogudomon sich hatchen möchte, ist viel günstiger als sich die einzeln zu holen. So, davon braucht man wie gesagt sieben Stück. Für einmal jeden Demon Lord. Die stellen, äh mit denen, sorry. Auf jeden Fall mit jedem der Level 100er Demon Lords und einem Source of Sin plus noch 500 M. Also insgesamt 3 Terra 500 M. Stellt man sich dann die sieben Data Codes dann her. Und, ähm, mit diesen sieben Data Codes kann man dann sich das Ogudomon Weekend hatchen. Indem man die sieben Data Codes dafür verwendet und dann noch einen weiteren Terra. Also das Digimon von Ingame-Währung her kostet, ähm, 4 Terra 500 M., wenn man sich das hatchen möchte. Und, ähm, um Ogudomon Weekend zu Ogudomon zu digitieren, braucht man dann den Ogudomon Data Code, um den Slots freizuschalten. Und dafür muss man dann die Quest-Serie hier machen, eine 23-teilige Quest-Serie. Die werden wir, wie gesagt, heute Abend im Livestream dann machen. Dafür muss das Tamer Level über 70 sein, um diese Quest-Serie starten zu können. Und Ogudomon Level 41 wegen dem Evolution-Level. Beziehungsweise nein, Ogudomon muss nicht Level 41 sein, aber um den Slot zu aktivieren, muss Ogudomon Level 41 sein. Aber gut, eine Quest in Valley of Light und man hat das schon auf 41. Und, ähm, man muss nur Level 70 oder höher sein und dann kann man die Ogudomon dann Quests annehmen. Ich könnte jetzt schon zu weit beerdet Guru hingehen und die Quests annehmen und starten. Aber das mache ich, wie gesagt, erst heute Abend dann mit euch zusammen. Jetzt werde ich dann erstmal Ogudomon auch ein bisschen leveln. So, dann haben wir einen... Und das war es dann von dem ersten Update. Das zweite Update ist dann ein quasi Mini-System-Update mit dem zweiten Dungeon-System-Update. Denn in KDMO wurde ja der Crack of Devimon der Mini-Dungeon im Infinite Mountain normalen Dungeon. Also da ist ja... Es gibt ja den Infinite Mountain normalen Dungeon, da wo man die verschiedenen Räume besiegen muss, ähm, um das Devimon zu spawnen. Und dann gibt es ja noch diesen Mini-Dungeon durch dieses eine Portal da am Ende, wo man bisher durchgegangen ist. Und das wurde ja jetzt auf KDMO komplett überarbeitet. Und das Update ist jetzt dann auch zu uns gekommen. Und wie bei den anderen, ähm, Sachen, die bisher geupdatet wurden, also dem Ancient Ruined of Secret Dungeon, haben wir dann jetzt auch eine Übersicht über das, was man im Dungeon kriegen kann, wie viele Personen in den Dungeon rein können, bei welcher Stufe, also Easy- oder Normal-Mode, und alles mögliche andere dann auch noch, wie oft man da dann rein kann. Also diese Übersicht wurde da, ähm, hinzugefügt. Und Update Nummer 3 ist dann natürlich der Dungeon selber, der jetzt geupdatet wurde. Und, ähm, wie im Original, wenn man da reingeht, erscheint ein Ogremon, ein Leomon und ein Devimon in der Reihenfolge. Wenn Ogremon ist, äh, besiegt wurde, öffnet sich die Tür zu Leomon und dasselbe dann auch von Leomon zu Devimon. Und es wurden, ähm, äh, weitere Sachen noch geändert, im Zuge dessen, dass der, ähm, Dungeon geupdatet wurde. Ähm, es gibt einen Normal-Mode auf jeden Fall, wo, äh, vier Leute rein können. Da haben wir dann hier die Itemliste, was da rausdroppen kann. Aus der Devimon's Crack Reward Box. Und zwar haben wir da einmal Cracks HP Recovery Code. Fünf Stück, die rausdroppen können. Cracks DS Recovery Code. Wahrscheinlich, das sind natürlich dann so HP und DS, äh, Erholungsitems. Dann haben wir Cracks Almighty Recovery Code, wo man dann wahrscheinlich HP und DS damit wieder auffüllen kann. Dann haben wir drei Fruits of Yggdrasil, die man da rausdroppen kann. Also, das wird wahrscheinlich den perfekten Dungeon dann erstmal sein, um Fruits of Yggdrasil zu farmen. Das heißt, die kann man dann jetzt auch endlich dann, ähm, quasi farmen. Ich weiß allerdings jetzt noch nicht aus der Übersicht hier, wie oft man da am Tag rein kann. Aber es scheint keine direkte Anzahl an Restriktionen zu haben, wie oft man da rein kann. Aber, das gucken wir mal. Ansonsten kann da noch 500% Amplification Booster zwei Stück drin sein. Also auch ganz okay. High Rank Digitary Power Stones können da zwei drin sein. High Rank Renewal Increase Stone können da zwei drin sein. eine sogenannte Decode Karte kann da drin sein. Und ein Exchange Tamer Box Adventure kann da drin sein. Also eine zu, einen zufälligen Adventure Tamer kann man da auch rausgedroppt kriegen. Aber es ist wie gesagt random, was man da rausbekommt aus einer solchen Box. Und gucken wir mal weiter. Mit dieser Decode Karte kann man dann in Village of the Beginning bei einer neuen, ähm, quasi Rare Coin Machine, jetzt, in dem Fall dann eine Decode Machine, kann man da dann einmal dann drehen. In dem, in der Maschine sind, äh, 150 Versuche drin, quasi, wo man dann immer ein Item rauskriegt. Und die Highlights, die da drin sind, also die Hauptgewinne quasi, die da drin sein können, sind einmal ein Mystery Mercenary Digi-Act, das ist da einmal drin. Und man bekommt auch nur eins jeweils von diesen Items raus, wenn man Glück hat. dann können da noch drin sein, zwei Chipset Conversion Kits, und zwar in der R2 Variante. Dann, ähm, elfmal, oder beziehungsweise insgesamt sind, äh, zwei Stück davon drin. Elf Fruit of the Goddess sind insgesamt in der Maschine, wenn man eins zieht, dann bekommt man nur eins. Fünf Hedgepacker Level 5er sind insgesamt drin, da bekommt man auch nur eins. und elfmal eine Random Buff Box. Also, das sind insgesamt 27. 30 von 150 Items sind Gewinne, die man rausziehen kann. Natürlich muss man dann dementsprechend auch Glück haben, was dann rauszuziehen, was man haben möchte. Aber, kann man auf jeden Fall sehr gut machen, finde ich. Und, dann gibt's noch einen Hard Mode Dungeon. der hinzugefügt wurde davon. Also, es sind quasi dieselben Dungeons, nur wurden stärkere Variante von Ogrimmon, Leomon und Devimon da hinzugefügt. Und, man hat jetzt hier das System, dass man nur 20 Minuten hat, diesen Dungeon zu clearn. Permit Numbers of Party Member Fail sind fünfmal, also es dürfen Leute quasi fünfmal, so wie ich das jetzt verstehe, sterben und wieder reingehen, bevor der Dungeon als nicht abgeschlossen gilt. Obwohl, ich denke eigentlich, bei den meisten Spielern sollte das kein großes Problem sein. Und, wenn man den Dungeon abschließt, bekommt man einen Devimon Crack Reward Box in der Hard Variante und eine garantierte Data Code Card mit dabei, die ja bei der normalen Variante, soweit ich das verstanden habe, nur in dieser Random Box drin ist. Und in der Hard Mode Variante haben wir dann auch wieder die Möglichkeit auf entweder fünfmal Crack HP Recovery Code fünf Stück Cracks DS Recovery Code fünf Stück, Cracks Almighty Recovery Code fünf Stück, diesmal sechs Fruits of Ictrasil, zwei Amplification Booster plus 1000% können da drin sein, High Rank Digitary Power Stone zwei Stück, High Rank Renewal Increase Stone zwei Stück, zwei Data Code Decode Card Cards, oder Data Card 2, eine Decode Card 2, warum man ja da eine 2 noch dabei steht, aber okay, zwei Stück, oder eine Exchange Thema Box Adventure, kann ja auch da wieder drin sein. Okay, deswegen, weil er eine eigene Maschine hat, also die, die den normalen Dungeon machen, haben eine eigene Maschine mit der Decode Card und die, die den Hard Mode machen, mit Decode Card 2, haben eine eigene Maschine, wo dann entweder drin sein können, Mysterious Mercenary Digi-Level 4 bis 5, zweimal ist es in der Maschine drin, man kann es einmal dann rausziehen, also ein Stück auf einmal, wenn man es rauszieht, ziemlich nice, finde ich, Chipset Conversion Kit R3 sogar, davon sind auch zwei Stück insgesamt drin, acht Fruit of the Goddess sind drin, aber ist okay, würde ich sagen, zehnmal Hatchback Up Level 5 sind drin, und achtmal Random Buff Box sind mit drinnen, sehr nice auf jeden Fall, sehr nice Änderung, finde ich, weil man da die Chance auf sehr gute Sachen hat, und die Items, die man aus dem originalen Dungeon noch hat, werden am 25. August dann gelöscht, anscheinend, was auch immer das bedeuten mag, also ich denke mal, damit sind hauptsächlich die Buffs und so gemeint, Okay, und die Memory Keeper werden auch entfernt, also die Memory Keeper Maschinen, Maschinen, die in Village of the Beginning stehen, die werden dann auch am 25. August entfernt, also werden wir dann nicht mal mehr Memory Keeper benutzen können, anscheinend wird das dann alles durch Decodes ersetzt, Okay, wie machen die das dann mit den Dungeons, die bisher jetzt Memory Keeper droppen, weil wenn die die Memory Keeper Machines am 25. August entfernen, haben die dann irgendwie noch ein System dann für die Dungeons dann mit drin, oder wäre das dann einfach nur ersetzt, weil dazu sehe ich jetzt hier in der Übersicht nichts, aber okay, wer Memory Keeper hat, der muss sie definitiv bis, zumindest lese ich das so raus, bis zum 25. August 2020 verwenden, sonst sind die weg, also ich gehe jetzt irgendwie davon, also ich gehe davon aus, dass die zumindest das dann so handhaben werden, dass dann am 25. August auch die Memory Keeper aus den bisherigen Dungeons, wo man die ja gedroppt kriegen konnte, also Green Zone die Dungeons und aus dem Ancient Ruins of Secrets Dungeon, dass die dann entfernt werden und wahrscheinlich dann auch hier, um das einheitlich zu halten, durch die Decode Karten ersetzt werden. Okay, dann ist das so. Ich habe sowieso keine mehr, aber die Leute, die noch welche haben, merkt euch das. So, Update Nummer 4, neues Equipment, Tamer-ID-Karte, gut, das sind die Sachen, die im Cash-Shop hinzugefügt wurden, ich denke mal, dafür muss man jetzt nicht viel dazu sagen. Gucken wir mal, hat hier irgendjemand so eine schon in Benutzung, sieht nicht danach aus. Auf jeden Fall, der neue Slot wurde hier hinzugefügt, für ID-Karts, die man sich da draufpacken kann. Dadurch kriegt man dann beim Digimon, äh, nicht beim Digimon-Namen, beim Tamer-Namen, hier noch einen fancy Effekt dann noch dazu, beziehungsweise einen Rahmen, aber wie gesagt, das kann ich jetzt leider nicht demonstrieren, weil ich selber jetzt gar keinen habe. Und die ID-Karten sind hier Fixed-Term, also eine begrenzte Zeitprodukte im Cash-Shop. Das heißt, die werden wahrscheinlich dann immer wiederkommen oder bei bestimmten Events wird es dann wahrscheinlich so Special-ID-Karten geben. Aber da das nur ein kosmetischer Effekt ist, finde ich, ist das, beziehungsweise gut, gibt zwar ein bisschen EXP, wenn man die draufpackt, ach so, die fancy Varianten ID-Kart-Only Tamer-Effekt wird noch hinzugefügt bei den fancy Varianten. Gut, müsste man sich vielleicht mal probeweise dann irgendwann mal anschauen, aber hat jetzt für mich jetzt keine direkte Priorität jetzt erstmal. Und Update Nummer 5, Arena Season 10 wurde hinzugefügt. Das heißt, wir müssten jetzt dann auch die ganzen Arena Season-Punkte bisher bekommen haben. Aber gut, meine kann ich jetzt leider nicht angezeigt kriegen, weil ich Buffs für Dungeons ansammle. So, gut, Arena Season Season 10 beginnt, Arena Season 9 ist vorbei. Die Battle Points werden von den vorherigen Season entfernt. Im normalen Modus sind die Digimon geändert worden, das heißt, die Digimon, gegen die man jetzt im Normal-Modus, also nicht im Hero-Mode kämpft, die sind jetzt geändert worden, das heißt, da kann man jetzt auf andere Variationen dann sich gefasst machen. Bin schon gespannt, was die neuen denn sein werden. Und wir haben wieder neue Sachen bei den Battle Points, die man täglich dann reinpackt. Also für 10 Stück, die man täglich reinpackt, bekommt man dann Sweet Gold Bananas. Ich denke mal, okay, das können wir ja hier drüben mal anschauen. Genau, wir bekommen für 10 Punkte 10 Sweet Gold Bananas, geben HP 4000, DS 4000, also nicht geben, sondern füllen wieder auf. Für 20 Punkte bekommen wir 2 Regular Megafone und 15 Accelerator. Für 40 Punkte bekommen wir 15 Memory Chips. Okay. Ist jetzt nicht so dufte bisher. Für 60 Punkte eine Random Monster Karte. Ist jetzt auch nicht so nice. Dafür bekommen wir dann bei 80 Punkten 2 Demon Boost Setboxen plus 50%. Also 2 Mal Boxen mit allen Buffs plus 50%. Und 3 Random Data Boxen mit Klasse. ab 80 Punkten lohnt sich das. Der Rest vorher ist jetzt nicht unbedingt eins der krassesten Sachen. So. Aber das war es jetzt von den Updates soweit. Jetzt gucken wir in das Event selber rein. Event Nummer 1 Horror of Ogudomon over the Seven Demons geht vom 28. Juli bis zum 25. August und da haben wir natürlich wieder das typische Double Stat Event gilt allerdings nicht für die Ogudomon Weekend Variante sondern für die normale Ogudomon Variante und wie immer die Zahlen die hier angegeben sind Base Werte auf 100% Größe und Level 1 das heißt Level 120 gibt nochmal einen Bonus und die Größe gibt dann nochmal einen Bonus aber so haben wir schon Base Stat mäßig 4275 AT verdoppelt dann auf 8550 das heißt mit mehr als 10.000 AT ist definitiv zu rechnen wenn man da noch ein bisschen Größe drauf packt und Level und das ist ja nur der Base Werte wenn man es da noch klont und alles dann kommt man da auf echt krasse Werte also ist definitiv jetzt dann aktuell das stärkste Digimon im Spiel so dann HP mäßig 8690 17380 dann mit dem verdoppelten Wert Defense 295 verdoppelt auf 590 und DS 3200 verdoppelt auf 6400 f2 f2 21470 auf dem verdoppelten Wert dann. F2 21.610, verdoppelt auf 43.220. Und das ist natürlich Skill Level 1. Also durch Skill Level Erhöhung kann man da auch noch mal mehr rausholen. Und die F3 54.545 Damage bei einem AOE-Skill. Allerdings weiß ich nicht, wie der Cooldown ist. Das sehe ich dann erst, wenn ich meins dann habe. Und 109.090 haben wir dann beim verdoppelten Wert. So, dann haben wir das Leomon Never Die Event. Geht bis zum 11. August 2020. Und das ist quasi ein Double Stat Event für alle normalen Leomon Varianten hier im Spiel. Also einmal die Beermon, ne, warte mal, nicht die normale Leomon Variante. Die sehe ich zumindest hier nicht. Hier ist nur die Beermon Variante. Kaiser Leomon und Elekmon in der Duftmon beziehungsweise Duftmon X Variante. Die haben jetzt während des Events doppelte Stats, doppelte Stats, einmal also, ne, ja doch, doppelte Stats hier oben, wie immer auf AT, HP, Defense und DS. Hier sieht man dann alle Werte. Ich werde jetzt nicht die komplette Tabelle durchgehen, ich denke mal, das kann jeder dann selber überprüfen. Weil das springt jetzt dann einfach den Rahmen und natürlich die Skill Damage Sachen sind auch angepasst, verdoppelt. Also Duftmon X ist definitiv jetzt auch ein sehr gutes Digimon während des Events. So, Event Nummer 3. Shall we play Chess? Geht auch bis zum 11. August 2020. Dafür haben wir dann ein, beziehungsweise mehrere NPCs hier, einmal hier Exhausted Banjo Leomon in der Mitte. Und dann haben wir hier auf der Seite die ganzen Ponchesmon White, also White Varianten. und drüben die Ponchesmon Black Varianten. Und man hat dann auch hier individuell dann irgendwelche Arten, entweder eine Map oder ein Dungeon, wo man dann hin kann. Scheint auf jeden Fall wie so eine Art, ja, gucken wir es uns mal an. Aber es wirkt so auf jeden Fall wie so eine Art Event, wo man, wo es dann wieder um zwei verschiedene Teams geht. Auf jeden Fall muss man beim Event, beziehungsweise Exhausted Banjo Leomon hier, eine Quest annehmen, wo man dann sich eine Seite aussuchen muss. Entweder geht man auf die Ponchesmon Black Seite oder auf die Ponchesmon White Seite. Wenn man diese Quest dann quasi abschließt, indem man mit ihm dann nochmal redet, bekommt man ein Letter of Reference. Und dann muss man dann entweder mit Kingchesmon oder Quinchesmon, beziehungsweise mit den Kingservants Ponchesmon White und Ponchesmon Black reden. und je nachdem, für welche Seite man sich dann entscheidet, geht es dann ähm, also bekommt man dann die Quests von den verschiedenen Seiten. Camp Selection Quest is a daily Quest and Resets after midnight, okay. Und da haben wir dann verschiedene Quests, die wir dann jeweils annehmen können, aber das sehen wir dann jetzt dann, was es denn alles beinhaltet. So, wir haben Event Nummer vier ist dann Ponchesmon, äh, Ponchesmon Stress, also Ponchesmon Stress soweit. Geht auch bis zum 11. August. Und da haben wir je nachdem halt, für welche Seite man sich entscheidet, ähm, Kingservant, Ponchesmon White bekommt man dann die Quest oder bei Ponchesmon Black. Und wie funktioniert das dann? Wir bekommen bei ihm eine Daily Quest. Und mit dieser Daily Quest, ähm, muss man dann anscheinend nach Silver Lake. Und man hat verschiedene Quests, was man dann machen muss. Also bei der White Seite muss man dann das machen, was hier steht. Ähm, Zehn, äh, Black Gemstone sammeln, indem man Monster in Silver Lake besiegt. Einmal die, äh, Citramons Queens Camp in Silver Lake und Mushroommon Queens Camp in Silver Lake. Sind zwei, ähm, Event Monster wahrscheinlich dann. Da bekommt man eine The Pawns Reward Kings Box und eine Chess Coin. Und, äh, in dieser Box können dann drin sein, entweder 20 Chicken Combos, Random Data Box Low Class drei Stück, High Rank Renewal Increased Stone zwei Stück, oder 15 Miracle Fruits. Und in der, bei der Black Variante müssen wir, äh, zehn White Gemstone sammeln, warum auch immer. Also würde es nicht Sinn machen, bei der weißen Variante die White Gemstone zu sammeln und bei der Black Variante die Black Gemstone, aber okay. Indem wir Monster in Silver Lake besiegen und dann müssen wir Rockmon Kings Camp und Lillimon Kings Camp in Silver Lake, ähm, besiegen, falls wir uns für die Ponches Mon Black Variante entscheiden. Da sind auch wieder entweder 20 Chicken Combos, Random Data Box Low Class drei Stück, High Rank Digitary Power Stone drei Stück oder drei Fruit of the Goddess drin. Also je nachdem, was man dann halt wählt, hat man halt unterschiedliche Belohnungen. Und auch hier bekommt man, wenn man das dann abschließt, eine Chess Coin. Und mit diesen Chess Coins kann man sich dann wahrscheinlich dann verschiedene Sachen dann craften. Mal gucken, was die anderen Quests hier dann noch sagen. Dann haben wir die nächste Event Quest, die dazu gehört, Pride of the Night, die wir dann bei der Night Chess Mon Variante entweder bei der weißen oder bei der schwarzen dann bekommen. bei der weißen Variante bekommen wir eine Daily Quest dann, wo wir 10 Rapid Mon, 10 Giro Mon, 10 Kirubi Mon und 10 Argomon Ultimate in File Island Waterfront besiegen müssen. Und bei der weißen Variante ist das und bei der schwarzen Variante 10 Sudomon, 10 Megacitra Mon, 10 Kirubi Mon White und 10 Grandis Quagamon in File Island Waterfront besiegen und dann bekommen wir die jeweiligen Boxen und wieder eine Chess Coin. In der weißen Box sind dann entweder 20 Double Chicken Combos, Random Data Box mit Class 3 Stück drin, Rare Coin 2 Stück oder 3 Backup Discs. Und bei der schwarzen Variante sind dann entweder Double Chicken Combo 20 Stück, Random Data Box mit Class 3 Stück, 2 Rare Coins oder 3 Reset Capsules drin. Davon gibt es dann noch weitere, ich glaube jetzt kommen ja dann noch ja, kommen noch weitere Sachen. Dann sind wir bei dem weiteren Event Quest, Event Nummer 6, What Servants Think. Da haben wir dann die Event Quest von, beziehungsweise die Daily Quest von Bishop Chessmon und Rook Chessmon und Rook Chessmon. Bla, bla, bla. Da müssen wir dann bei der weißen Variante 10 Gazi Mon, 10 Deek Mon, 10 Rock Mon und 10 Fly Mon in Server Continent Desert besiegen, um die Box und eine Coin zu kriegen. Und bei der schwarzen Variante müssen wir dann 10 Dremogemon, Neptunmon, Dokudemon und Devitramon dann besiegen in den Desert Areas. Dann bekommen wir jeweils die Boxen von denen. Beziehungsweise eine nur, weil man sich ja für eine Seite entscheiden muss. Bei der weißen Variante sind entweder 10 Red Light of Life drin, 2 Random Monster Karten, Random Low Class Transcendence Convert Ship Boxen zwei Stück oder Random Reinforced Digi Klon D bis S denke ich und nicht D, S Boxen oder eine Box davon und in der schwarzen Variante Blue Light of Digi Soul 10 Stück oder Random Monster K zwei Stück Random Low Class Transcendence Convert Ship Box zwei Stück okay doch Random Reinforced Digi Klon A, B oder C okay hier können wir entweder nur D oder S rauskriegen und hier A, B oder C also ich denke mal für die meisten ist die A, B oder C Variante definitiv die bessere. Aber gucken wir mal dann haben wir noch eine Daily Quest bei Banjo Leomon Banjo Leomon Past Time okay alle diese Sachen gehen bis zum 11. August und mit diesen Chess Coins können wir uns dann verschiedene Sachen dort craften einmal für drei Chess Coins können wir uns Rechargeable Energy fünf Stück craften für fünf Stück drei Backup Discs für acht Stück eine Shop Lizenz für Yuki Daru Mon also Frigi Mon für sieben Tage für elf Stück ein sieben Tage Jogress Chip für 16 Stück eine New B.C.L. Soccer Uniform Box für sieben Tage für 20 Stück bekommen wir ein Rare Mon Digi Egg Level vier bis fünf und für 29 Stück ein Mystery Mercenary Digi Egg Level fünf okay das ist dann das wofür wir dann diese Daily Quest hier dann brauchen um die Coins zusammen zu kriegen so wie ich das sehe drei Coins kann man pro Tag kriegen das heißt man ist da knapp also circa zehn Tage beschäftigt vom Event für ein Mystery Mercenary Digi Egg Level fünf wenn man alle wenn man all das macht so dann haben wir Proxy Duel of King and Queen da sind wir dann bei dem Event angekommen wo hier an die Maps dann anscheinend sind da kommt man dann rein bei entweder King Chessmon oder Queen Chessmon im DAT Center dafür braucht bekommt man dann eine Daily Quest und je nachdem welche Seite man dann gewählt hat entweder bekommt man dann eine The Queen's Territory oder ein The King's Territory von den jeweiligen Gegnern dann quasi also eine Queen's Territory bekommt man bei King Chessmon und die und The King's Territory bekommt man bei Queen Chessmon und das sind dann oder bekommt man beide anscheinend kann man in beide rein so wie ich das verstehe mal gucken auf jeden Fall sind das zwei verschiedene Sachen so wie ich das sehe auf jeden Fall haben wir The King's Territory für vier Personen recommended da haben wir dann ein King King Chessmon drin was Level 110 ist gibt eine Million EXP und die Reward die droppt ist droppt zu 100% das ist eine King's Hidden Fortune Box die Difficulty ist Very Hard anscheinend und aus dieser Box können entweder rausdroppen Burning Red Light of Life 30 Stück eine Reset Capsule A zwei Number Chain Stones ein Rare Mon Digi Level 4 bis 5 oder eine Reinforced Digi Z Box und in Queen's Territory das ist ein Einpersonen Dungeon da haben wir verschiedene Gegner einmal Queen Servant Pontgesmon B Queen Servant Knightgesmon B Rook Jessmon Queen Jessmon Rosemmon Mastemon und Angewomon sind auch noch mit drin geben dann unterschiedlich viel EXP wenn man die besiegt aber immerhin sind die nur Level 80 aber das muss man halt dann beachten wenn man da dann reingeht dass die dann trotzdem vielleicht ein bisschen stärker sind als das Level vermuten lässt geben wir auf jeden Fall EXP und Queen Shesmon droppt dann eine Queen's Treasure Box wenn man das besiegt hier sieht man dann auch die Schwierigkeitsgrade und in dieser Queen's Treasure Box auch wenn die hier gesagt haben King's Reward Box können entweder 30 Reflecting Blue Light of Digisol raus droppen Digimon Boost Z Box kann da drin sein 20 Seal Exchange Tickets nicht schlecht Zwei Option Chain Stones auch nicht schlecht oder ein Mysterious Mercenary Digi Level 4 bis 5 auch okay soweit Summer Hot So Reburning haben wir hier da haben wir zu bestimmten Uhrzeiten wieder einen 1000% Burning EXP Bonus der dann hier unten dann angegeben wird dann haben wir wieder neue beziehungsweise nicht neue wenn ich das so sehe das nur hier haben wir jetzt wieder eine Rare Coin statt der Belohnung die da vorher drin war wir haben weiterhin obwohl ne jetzt haben wir drei Fruits of Iggdrasil für drei Stunden statt zwei Stück und samstags und sonntags haben wir immer noch Random Hedge Backup Level 4 bis 5 mit drin also ganz nice finde ich auf jeden Fall für drei Stunden jetzt eine weitere Fruit of Iggdrasil bekommen und auch wieder eine Rare Coin die man verwenden kann und weiterhin Random Hedge Backup Level 4 bis 5 obwohl ne warte mal Random Hedge Backup Level 4 bis 5 das war ja in der Event Box drin was man kriegen konnte ne stimmt hier waren ja Rare Mon drin zufällig Level 3 bis 5 und jetzt haben wir hier Random Hedge Backup Level 4 bis 5 finde ich aber auch ziemlich nice und eine weitere Fruit of Iggdrasil so Attendance ist wie immer gleich geblieben die Promotion sind wir eigentlich durchgegangen Source of Sin Limited Sale wie gesagt alle Ogudomon Sachen sind nur bis zum 25 August verfügbar auf jeden Fall Source of Sin sind durchgegangen Ogudomon Riding oh stimmt den Ride Mode habe ich vergessen hier Limited Settle of Incarnate den habe ich leider vergessen zu erwähnen vorhin kostet natürlich 3 80 beziehungsweise 48 Crown sorry dafür aber es war halt sehr viel was im Cash Shop drin ist habe ich deswegen vielleicht übersehen so dann haben wir die beiden Ogudomon Packages drinnen die sich meiner Meinung nach definitiv lohnen für die Leute die Ogudomon haben möchten oder planen Ogudomon dann zu verkaufen Fruit of Chaos ist im Limited Sale die 3 Riddle Digi X sind im Sale die Summer Costumes sind im Limited Sale sind wir durchgegangen Tamer ID Karten sind wir durchgegangen die Fancy ID Karten sind wir durchgegangen die beiden Digi Auras sind wir durchgegangen oh stimmt 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 hier die habe ich auch übersehen vorhin Shop Lizenz Lobmon für 30 Tage ist wieder drin und Shop Lizenz Terriamon für 30 Tage sind auch wieder drin für jeweils 49 Crown oder 3 Dollar 90 stimmt die habe ich vorhin vergessen aber das war es dann auf jeden Fall jetzt von dem Event dann wie gesagt später wird dann auf jeden Fall noch das fertige Video dann zu Ogudomon Weekend dann kommen wenn ich es auch nur ein bisschen gelevelt habe und heute Abend werden wir dann die Ogudomon Jogres Quests quasi machen beziehungsweise die Quest Serie ich werde das trotzdem dann Jogres Quest nennen weil es trotzdem eine Art Entwicklung dann ist mal gucken mal gucken aber vorher werde ich auch auf jeden Fall nicht die Energie Aura öffnen weil es lohnt sich nicht bis ich Ogudomon habe aber wie gesagt das war es jetzt auf jeden Fall von dem neuen Event wie immer schreibt gerne eure Meinung zu dem Event in die Kommentare lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da wenn euch das Video gefallen hat abonniert nicht vergessen wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen sie machen es dann beim nächsten Mal dann wieder haut rein ciao ciao